Musik Von welchem ist das jetzt dieser oder dieser? Das mit dem Tom, das ist der rechts. Wir müssen jetzt einfach den Tom, den wir in die Stelle finden, oder? Wo ist das denn? Irgendwo hier wäre es auch. Aber da haben wir die vier, und dann geht es hier rein, oder? Es geht irgendwo hier rein. Es geht nicht bei den Akkords rein. Wenn wir es so machen wollen wie hier. Aber ich weiss nicht von wo. Hier geht es dann... Dort wo ich auf die Straße gehe. Also da, statt dann Reiden, oder? Ja! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020